mein gott ist das schön mein gott ist das schön es werden bei den aufnahmen immer mehr leute im livestream begrüße guido barney knut chris und wo ist er lin sind heute am start ja kanalmitglieder level 3 die sogenannten löby ultras die ultra die löby ultra vips die einfach bei jeder aufnahme dabei sein dürfen meine lieben zuschauerinnen und zuschauer wir nehmen heute auf die nächste folge dort rally 2.0 und wir fahren die nächste rally und zwar in spanien mit unserer wunderschönen diva citroen cs ich sage viel spaß los geht ja und damit halli hallo ein kleines bisschen auch hallöchen meine sehr verehrten zum racing zuschauerinnen und zuschauer zu dieser neuen folge herrlöblich am steuer heute mit dem wunderbaren dirt rally 2.0 und der rally in spain mit der wunderbaren six run gs die war ja wie ihr schon mitbekommen habt sind ein paar leute hier im chat der nur für die kanalmitglieder level 3 ist alle anderen sehen dieses video natürlich zu den normalen uhrzeiten meistens 18 uhr aus am wochenende 10 uhr je nachdem wann ich es veröffentliche und ich halte an dieser stelle meinen großartigen meinen buschigen meinhaarigen schwanz ins bild und sage liken abonnieren kommentieren und das glöckchen drücken und wer bock hat mich zu unterstützen wird eben kanalmitglied alle ab level 2 sehen die videos ein bisschen früher alle ab level 3 sind live bei der aufnahme dabei und es gibt einen paypal spenden link unter dem video und wer spendet erscheint da oben wer abonniert erscheint da und wer das live während der aufnahme macht der erscheint hier drüben und wir haben gerade zum beispiel gesehen dass leider vor der aufnahme aber während des live streams der follower oder die followerin nächstes jahr gtx abonniert hat und es ist ein großartiges vergnügen meine lieben habe heute meine wunderschöne iron man tasse hier die mir zu schwer ist weil gestern dort nämlich dort ams 2 aufgenommen und bin kart gefahren und jetzt habe ich muskelkater klappen da einmal noch kurz in den chat geguckt löby fragt der knut filmt dich gerade die sony zv1 nein mit der sony zv1 nehme ich meine rückblickende wochenvorschau auf dieses hier ist ein iphone 12 mini achtung werbung übrigens noch mal für alle rechtsanwälte und den verfassungsschutz und die bundestirärztekammer das hier ist ganz viel werbung ja ich mache ganz viel werbung zwar freiwillig aber ich sagte einfach damit ihr mir alle nicht auf den sack geht mit eurem verklagescheiß so ihr hoden haben wir das auch geklärt elgato hier kaputt schon mal vorbereitet freunde ich habe die handbremse schon mal eingerichtet falls ich es noch nicht oft genug erwähnt habe waren die kanalmitglieder level drei dabei und wir machen weiter mit der rallye und wir machen hier als nächstes ach so und was noch wichtig ist zu erwähnen ah das haben wir gerade ja nicht gemacht gut dass ich es erwähne ich habe den crew chief an was bedeutet wir machen mal den sprach otto aus und gucken mal was der crew chief sagt ja crew chief fix noch einmal das ist wenn ein update für den crew chief rauskommt dann ist das ein crew chief fix so ich kann euch jetzt schon sagen ich werde zwischendurch mal kurz pausieren und pinkeln jen weil ich kapiere irgendwie da sind 600 milliliter in dieser tasse was soll ich denn sagen so ich möchte kann ich das nicht starten wo starte ich das denn warum kann ich das denn nicht starten hallo hallo hä willst du mal rollen oder was meisterschaft wieder aufnehmen muss ich da hier extra drücken ich mache die röschung nach husch 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 oh gott oh gott habt ihr ihn gehört den so genannten den adler es ist gar großartig ach komm hier macht doch weiter junge oh reifen was ist hier regen was haben wir müttel wird empfohlen sind die druff sind druff druffe reifen freunde die waren wahrscheinlich noch im berghain vorher planet geiler mini gott gott Warum jett hier nischt? Hallo, hallo? Nischt jett? Go! Warum sagt der nischt? Weil ich den Ton aus hab, muss ich den Ton doch anmachen. Überschreibt der denn sozusagen das Audio, oder was? Irgendwie fehlt mir der Spotter. Nö, Lin, ich bin eigentlich immer so. Äh... 50 4 rechts lang in Big Cut, 5 links In 5 rechts lang, macht auf über Kuppe In 5 links extra lang, in Big Cut 5 rechts Überschre hot Ohioioioiui! 60 6 links, macht auf 30 6 links, in 5 rechts, macht zu 50 Okay, der Crew Chief macht irgendwie ja nichts. So, also ich muss sagen, Spanien auf Asphalt fährt sich schon mal wesentlich besser. 3 links lang, in Achtung, 3 rechts lang, macht zu, 2, 100, 3 links, 30, 2 rechts lang, macht auf, über Kuppe, 30, 4 links, in 5 rechts, in 3 links, macht auf, 6, extra lang, 30. Also ja, also Asphalt kann ich euch jetzt schon sagen, hier fällt mir wesentlich besser. 2 rechts lang, in 6 links, in 3 rechts lang, macht auf, und ja, Lin, ich habe das richtige Spiel ausgewählt. In 6 links, extra, extra lang, macht zu, 4, rechts halten, für 50, 3 links, macht zu, In 4 rechts, 30, 1 links lang, macht zu. Uiuiui, da hängt nicht auf, wie passt? In 1 rechts. In 1 rechts, überziehe, in 2 links, bis Stopp. Äh, Chrisse, welche Ansicht, die fällt dir besser? Die, oder die, oder die, äh, es gibt ja eine, wo man so ein bisschen... Aber es hat sich schnell angefühlt. Es gibt ja eine... Alter, Fräulein. 18. Einfach 18. Ich habe das Gefühl, ich bin hier voll durchgebraten. Und ich bin einfach 18. Wir gucken mal kurz in die Wiederholung, Ryan, und machen mal einen schönen Screenshot. Sieht diese Kiste geil aus. Oh, das mit der Mucke, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Oh, schlecht, 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 schlecht. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Lalalalalala, das hat ja bestimmt einen Content-Strike. Das hat ja bestimmt einen Content-Strike. Ein Content-Strike. Ein Content-Strike. Hoffentlich nicht. We will see. Ja, ich schwanke noch so ein bisschen zwischen der... Nicht der Cockpit-Perspektive, bei der ich jetzt das Lenkrad abgeschaltet habe, sondern zwischen der etwas weiteren Dashboard-Ansicht und der etwas engeren Dashboard-Ansicht. Ich bin noch nicht so richtig sicher, was ich besser finde. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Also, äh, forst Feedback geil. Warum auch immer der... Ich hätte, glaube ich, Regenreifen gebraucht. Viel Glück. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. 30, eins, links, mach zu. Ah, Handbremse funktioniert also. Sehr gut. In zwei links. In drei rechts. Links halten für 50. Zwei rechts lang. Mach zu. Eins, mach zu. In vier links lang. Mach auf. 30, zwei links. In zwei rechts. Es sieht so unglaublich geil aus. In vier links lang. In vier links lang. In vier links lang. Versuch mal jetzt ein bisschen schneller zu fahren. In drei rechts, mach zu. In langsam. Fünf links. In einzeln. Eieieiei. Ich hätte wahrscheinlich keine Regenreifen aufziehen können vorher. Hier, die finde ich noch ganz geil. Und zwei links, mach zu. Zwei rechts. In drei links. In vier rechts. Links halten für 50. Zwei rechts lang. In fünf links. In drei links. Mach zu. 30. Fünf rechts lang. 30. Vier links lang. Macht auf. Über Kuppe. 30. Sechs links lang. 30. Drei rechts lang. Macht zu. In Achtung. Sechs links. Ah, Regenreifen wären besser gewesen. In sechs links. In vier rechts. Macht zu. In drei links. Macht zu. 30. Fünf links. Eieie. Zwei links. In fünf rechts lang. Über Kuppe. In vier links lang. Ich habe die Rinn gekriegt. In vier rechts lang. Über Kuppe. 30. Sechs rechts. Rechts halten für 80. Sechs links. Cut. 150. Vier rechts. Macht drauf. Über Kuppe. In vier links. Extra lang. Macht auf. Ah, ja, ja, ja. Ohne Regenreifen. Nicht so geile Idee. In sechs rechts lang. Ein hundert. Sechs rechts lang. Macht auf. Bis Kuppe voll. In sechs rechts. Ein hundert. Sechs links. Über Kuppe lang. In fünf links. Über Kuppe. Okay, der hat nur vier Gänge. Oh, da war eine Leitplanke. In fünf links. Oh, 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 oh. Was hat er jetzt? Oh, 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 oh. Also krasse Fahrverhalten auf Regen. Über Kuppe. Ein hundert. Fünf rechts lang. Macht auf. Fühlt sich sehr realistisch an. Vier rechts lang. Macht auf. Über Kuppe. 80 langsam. Da rutscht er einfach. Er rutscht einfach gerade aus. Okay. Ich muss aufpassen, dass ich das nächste Mal Regenreifen nehme. Wäre natürlich spannend, ob man vorher schon irgendwo sieht, ob es auf einer Etappe Regen gibt. Macht auf. Fünf lang. Fünfzig. Sechs rechts über Kuppe. Ein hundert. Sechs links. Macht auf. Ein hundert. Kuppe voll lang. Achtzig. Meine Kuppe ist auch voll lang. Fünf rechts. Extra lang. Fünfzig. Sechs links lang über Kuppe. In sechs rechts lang. Rechts halten für achtzig. Sechs links lang. Ein hundert. Uiuiuiui. Uiuiui. Uiuiui. Vollmittig über Kuppe lang über Ziel. Uiuiui. 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 80 bis stoppen. Gut gemacht. Uiuiui. 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 Ui, ui, Freunde, jetzt haltet doch an. Bewertungsprüfung beendet, gut gemacht. Da sagt sie gut gemacht, Alter. Wir haben das Auto quasi zerstört und da sagt sie gut gemacht. 27, ui, ui, ui. Leckt mich fett. Jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. Wiederholung ansehen, Event aufgeben. Ne, wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Es wäre jetzt wirklich mal interessant gewesen, ob ich hätte die Reifen wechseln können. Hier steht nichts. Robert FQ20, Servus Pfippti und Hallo. Er sagt Moin Löbinger, Löbi und Löbingerinnen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Immer brav gendern. Machen wir ja jetzt auch mittlerweile bei Hühner Innenbrustfilet. Warum konnte ich ihn jetzt hier zwischendurch nicht reparieren? Ah, Frontantrieb, kein Heckantrieb. Also ist auch irgendwas kaputt hier. Lenkrad steht schief, leicht. Egal. Oh, wie der Motor schon mittlerweile rasselt, ey, geil. in Cut 4 rechts in 3 links lang macht auf über Kuppe 70 5 rechts lang macht zu 3 lang in 2 links 30 5 rechts 5 links über Kuppe lang macht zu in Cut 4 rechts in 4 links lang über Kuppe in Cut 5 rechts 4 links 5 rechts Cut in 5 links 4 rechts 4 rechts 4 rechts 4 rechts 6 rechts 6 rechts in 5 links in 5 links über Kuppe 30 6 rechts extra lang über Kuppe 50 enger 4 links macht zu ist das brutal ist das brutal, Alter 30 30 30 Cut 4 rechts durch Senke macht auf über Kuppe in 6 links und Small Cut 4 rechts 3 links lang macht auf 6 links in 5 rechts macht auf in 3 links macht zu in 3 rechts macht zu in 4 links in 4 links das ist so geil, Alter in 4 links das hätte ich gerne mit Ansage in BeamNG 30 2 rechts lang 30 wir sind ja letztens BeamNG Rallye fahren wenn man da jetzt eine Ansage hätte und so richtige Rallye Etappen das wäre natürlich noch eine Hausnummer macht zu 3 lang macht zu in 5 links lang macht zu in 3 rechts macht zu in 5 links lang macht zu Ah, die könnte ruhig ein bisschen früher ansagen könnte ruhig ein bisschen früher ansagen Spuh Keine Einstellung Beifahrer ansagen ein bisschen früher 4 rechts in 4 rechts macht auf über Brücke macht zu 3 und 6 rechts 50 5 links extra lang macht zu 4 100 links links halten in Big Cut 5 rechts über Kuppe in Achtung links halten über Kuppe 3 rechts macht zu 30 6 rechts Oh, rechts halten hat es extra gesagt macht zu 2 macht auf in 6 links sehr lang macht auf über Kuppe in 2 rechts lang macht auf macht zu 1 rechts in 2 links und Kuppe 1 links über Ziel in 4 rechts lang bis Stopp gut gemacht Destruction Rally ist glaube ich das heißt nicht Dirt Rally das heißt D-Rally Destruction Rally Übel 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 Wie hat sich das Auto in dieser WP angefühlt? Kaputt Möchtest du beim nächsten Serviceänderung am Setup vornehmen? Ne, ich möchte einfach wieder einen rechten Kotflügel haben Aber auf jeden Fall sind wir auf dem 21. vorgefahren Das ist doch schon mal was Insgesamt sind wir 23. Ich hätte gerne Ich möchte gerne reparieren Bitte Einfach reparieren Freunde, ich mache mal kurz Pause und gehe mal kurz pinkeln Bin sofort wieder da Das war schön Freunde Das war schön So Wir gucken mal hier Fahrzeug Reparieren Kühler So, wir haben 45 Minuten Kühler Standard Reparatur Schnelle Reparatur Was ist der Unterschied? Dauert zwar nicht so lange Jedoch nutze ich das Teil ab Okay, Standard Reparatur Standard Reparatur Karosserie Okay, geht Radgeometrie Kann man nicht einfach sagen Alles reparieren Empfohlene Reparaturen Wir haben jetzt einfach alles, oder? Jo, 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 jo Hey, bestätigen So Kann ich hier Sehe ich hier irgendwas Wetter Okay Hier sehen wir zum Beispiel Unten das Wetter Und Regenwahrscheinlichkeit Sehr gut Wir fahren los Start Mach mal die Maus weg, Digi Viel Glück 5, 4, 3, 2, 1, los 6 rechts 100 3 links 150 2 links Extra lang Mach zu In 3 rechts Don't cut Das ist ja wirklich eine extra lange In 5 rechts lang Macht auf 30 2 rechts lang In 3 links 30 4 links Also im dritten In dritten schalte ich gerne zu schnell 1 rechts Macht auf Über Kuppe In 2 rechts Don't cut 2 links lang Macht auf Und macht zu In 5 rechts Über Kuppe Extra lang Achtung Macht zu 2 lang In 6 rechts In 2 links lang Macht auf Über Kuppe 6 rechts 6 rechts In cut 5 links Da fallen schon mal die Lichter aus 2 rechts Macht auf 4 Extra extra lang 50 Geil wie die Elektrik spinnt Finde ich total geil 4 links Macht zu 3 Überbrücke 30 4 links lang Macht auf In 5 rechts 100 4 rechts Eng In 6 links Kurz 40 Manche Witze Manche Witze kann man leider nicht machen Schade Und Kuppe In 2 links Don't cut In 5 rechts lang 3 links lang Macht zu 2 Macht auf 6 lang Über Kuppe In 1 rechts lang Macht auf Macht auf Small cut 3 links lang In 3 rechts lang Über Kuppe In 4 links Und In 4 rechts In 4 links lang In 5 rechts In 4 links lang In 4 rechts lang In 5 rechts über Kuppe In 5 links In 6 rechts macht auf, 50, 3 rechts, Cut, 5 links, in 6 rechts über Kuppe, in 4 links lang, Small Cut, 50, 3 rechts lang, macht auf, in Cut, 4 links, 4 rechts, in 3 links, macht zu, Small Cut, in rechts halten, für 50, 4 rechts, 100, 5 links, Cut, spät, extra lang, 30, Frühe 5 rechts, über Kuppe, Cut, 6 links, 50, 6 rechts lang, Cut, 6 links, in 6 rechts, Cut, 4 links, in 6 rechts, Cut, 6 links, 5 rechts, in 5 links, über Kuppe, in 6 rechts lang, 30, 4 links, Big Cut, in sofort, 3 rechts, in 4 links, 30, 2 rechts, macht zu, Boah, Freunde! In 2 links, extra lang, macht auf, 120, Kuppe, in 3 rechts lang, macht zu, in Cut, 5 links, in 3 rechts, extra lang, über Kuppe, 50, 2 rechts, 2 rechts, 3 links, 3 links, lang, in 5 rechts, in 4 links, lang, 30, in 4 links, lang, 80, Small Cut, 6 links, in 3 rechts, extra lang, macht zu, 30, Wie ich mich in die Kurve hinlege, geil. Fünf rechts lang, Achtung, 30, eins rechts. In Don't Cut, drei links lang, langsam 50, Abzweigkehre rechts. Ah, da hätte ich nicht auf der Bremse steigen dürfen, das war natürlich jetzt Quatsch. Fünf rechts, in Don't Cut, drei links, macht zu. In vier rechts, in Cut, drei links, in zwei rechts, macht zu. In sechs links, in sechs rechts lang, macht auf, 30, rechts halten, in zwei links, macht zu. In drei rechts, in fünf links, Small Cut, in fünf rechts lang, über Kuppe, in frühe fünf links, über Kuppe, macht auf, 50. Eins rechts lang, macht auf. In frühe vier links, macht auf und macht zu. Vier links, sehr lang, 80. Zwei rechts, Small Cut, und drei rechts, Cut. Ah, komm so rum, du dicke Ding. Drei links lang, macht zu. Rechts halten, für 80, Kuppe. Manfred, 25, hat seine Freundin angerufen. Komm so rum, du dicke Ding. Fünf. Fünfzig. Fünfzig. Vier rechts, macht auf, sechs, extra lang, macht zu, über Kuppe, bei Mast. Vier links, extra lang, macht auf, sechs, 60. Voll rechts, 50, drei links, lang, in fünf rechts lang, und vier rechts kurz. Vier links lang, macht zu. In sechs rechts lang, über Kuppe, langsam 30, eins rechts lang, macht zu. Und drei links lang, macht auf. Och, ich muss langsam mal schalten. Drei links lang, macht auf und macht zu. In fünf rechts, dreißig. In fünf rechts, dreißig. Zwei rechts, macht zu. Brutal. In sechs links, in fünf rechts, Small Cut, fünf links, macht zu. In fünf rechts lang, eng, dreißig. Vier links, macht auf, sechs, extra lang, dreißig. In fünf rechts, fünf rechts, über Kuppe, links halten, für dreißig. Vier rechts, Small Cut. In drei links, macht zu. Ein hundert. Sechs rechts, hundertfünfzig. Ey, wie ich ihn beim Sitz mich hin und her schmeiße. In drei links, macht zu. In vier rechts, sehr lang, macht auf. In fünf links, lang. Ey, die Grafik ist absolut beeindruckend. Ich kann leider hier gar nicht so viel reden, weil ich muss der Frau zuhören. In vier links, extra lang, macht auf. In fünf rechts, extra lang, macht auf. In sechs links. In sechs links. In sechs rechts, lang. In vier links, extra, extra lang, macht auf. Mit die Kalten für dreißig. Sechs links, in fünf rechts, extra lang, macht zu. Erst combat. Ein fahrer erst lang, macht auf. In vier links, macht auf. Ein fahrer rechts, rechts lang. In vier rechts, links lang, macht zu. In vier rechts, 80. Voll rechts, über Kuppe. In fünf links, vier links, macht auf. In drei rechts, in fünf links, lang. Und 50, sechs links, Achtung, 30. Drei rechts, macht zu, macht auf, sechs, lang, 30. Oh, hier ist aber einer laut den Bremsspuren schön geradeaus gefahren. In drei rechts, macht zu, überziehe. 50, bis Stopp, gut gemacht. Boah. Ich habe ein Schussgefühl, aber warten wir auf die Zeiten. Ich warten, wir auf die Zeiten, da muss ich an der Liebe, Gott hab sie selig, Sabine. Wow, Freunde, darauf trinke ich doch einen Schluck. Richtig geil. Ja, 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 man merkt, Asphalt liegt mir besser. Das ist immer schön auf den 18. Platz vorgefahren, sozusagen die Vorfahren. Nicht wahr? Geil. Gefällt mir? Ich sag korrekt, korrekt, gefällt mir jetzt ab. Die Rechnung für Tisch fünf, bitte. Tengo la camisa negra. Ich habe ein schwarzes T-Shirt. Start, 100, fünf rechts, 30, zwei links, macht zu, viel Glück. Der Barney sagt, er kennt die Tanja nicht, Self-Motion-Sim, wenn ich mich hier so hin und her bewege. Da leckt man einmal das Messer ab und wird sofort gekündigt. Thorsten, 42, Chirurg. Herrlich. Mich interessiert aber, wer da spricht. Sie ist wohl eine professionelle Rallye-Beifahrerin. Ich glaube, da hat irgendwie eine Frau einfach nur Wörter eingesprochen. 5, 4, 3, 2, 1, los, 105 rechts, 30, zu links, macht zu, in drei rechts lang, macht auf, 50, don't catch the link. Wie doch, richtig, wie man nichts sieht, wenn man gegen die Sonne fährt. Sieht das geil aus. 80, vier links, extra lang, in sechs rechts, mittig halten für 30, sechs rechts, macht zu, vier, macht auf, macht zu, fünf rechts. Sieht, Alter, krass, sieht das geil aus. Sechs rechts über Kuppe, in fünf links, extra lang. Ey, man sieht nichts durch das Gegenlicht. Zwielicht, oh, die Gegenlicht. Macht zu, drei, in vier links lang. Ja, aber langsam fliegt die Kiste, oder? Sechs rechts, extra lang, macht zu, in vier links lang, macht zu, drei, eng. In don't cut, vier rechts, macht auf, 30, sechs links, 150, frühe fünf links, 100. Drei rechts, macht zu, in cut, vier links, in fünf links, small cut, über Kuppe. In sechs rechts lang, Achtung, 30, fünf rechts lang, macht zu, drei, eng. Fünfzig, langsam, fünf links, über Kuppe lang, in drei rechts. Alter, das ist ja hier die Überkuppe, oh. In vier links, small cut, in Achtung, sechs rechts, zwei links lang, fahr hinten rechts, anhalten und reparieren oder weiterfahren. Fahr weiter. Macht auf, sechs, in drei rechts, sehr lang, macht zu, 100. Drei rechts, macht zu, in zwei links lang, macht zu, eins. Drei rechts, dreißig, sechs links, in vier rechts, macht auf, lang, macht zu, bei Kreuzung. Fünf links, macht auf, extra lang, in vier rechts lang. Fünfzig, sechs links lang, macht auf, 100. Fünf rechts, extra, extra lang, macht zu, bis Kuppe. So, jetzt fährt sich jetzt natürlich hier wie ein Teller Reiß. Sechs links, extra, extra lang, macht zu, cut, macht auf, 50. Sechs rechts, 100. Sechs rechts über Kuppe, langsam, links halten, über Kuppe, 60, Achtung, zwei rechts, macht zu. Macht auf, sechs. In Small Cut, drei links lang, macht zu, eins Small Cut, 70. Oh, jetzt fahr ich hinten auf der Felge. Können wir das jetzt irgendwie reparieren? Hier gibt es doch irgendeine Taste für reparieren. Äh, ich mach mal Gang raus. Spui. Äh, 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 Scha, äh, ne. Eingabe. Äh, Fanatec Parodierung, Wheel Bikes. Achso, ne, können wir eigentlich auch bei der Tastatur gucken, oder? Tastatur, Eingabebelegung, Reparatur am Streckenrand, F3. 3. Was, muss ich jetzt drücken? Warte, ist die Taste 4. Ja, reparier das. Reparieren Sie das jetzt? Okay. Hat mir natürlich schön die Zeit versaut. Aber muss man ja auch erstmal ausprobieren. Ja Guido, als der Gummi noch drauf war, fuße ich das noch einigermaßen. Aber als ich dann gerade auf der Felge gefahren bin, nicht so geil. Aber ich glaube, es hätte mich mehr Zeit gekostet, wenn ich versucht hätte, das hier mit auf der Felge noch zu Ende zu fahren. Boah. Alter. Ja, fand ich auch. Ja, ja, scheiße. Das war jetzt der Platzer. Schadenmeldungen. Angehalten um meinen kaputten Reifen. Geringer kaputter Scheinwerfer. Ja, 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 ja. Schade. Gibt es noch eine? Wartet. Gibt es noch sechse? Sechse? Nee, Event beendet. Errungenschaft. Rund um den Glöbus. Glöbus von Löblich. Glöbus. Ja, 27. Aber was will man machen? Ist halt so. Ich bin halt 1000 Jahre nicht Rally gefahren, meine Freunde. Und dementsprechend stelle ich mich natürlich auch an wie der erste Mensch. So, wie war das jetzt? Die Rallye hier, oder was? Freiheitsspiel? Historisch? Klassisch? Ist die jetzt fertig, die historische Rallye? Okay, wir sind ihn hier gefahren. Es gibt hier nur zwei Etappen. Okay, das war jetzt eine Meisterschaft. Es gibt hier nur zwei Rallyes. Okay, damit sind wir die sozusagen fertig gefahren. Richtig gut, Alter. Richtig gut. Dann würde jetzt also beim nächsten Mal drankommen H2 Heckantrieb Cup. Da können wir fahren den großartigen, oh, Alpina A110. Geil. Abarth Rallye. Ah, da Abarth, 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 KDC. Ich glaube, das wird mein Auto. Oder der Escort MK2. Ist natürlich auch geil. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was wir dann nächstes Mal fahren sollen. 240 PS, 950 Kilo. 265 PS, 940 Kilo. Ah, aber ich hab eigentlich Bock auf den C-Kadet. Eigentlich hab ich Bock auf den C-Kadet. Krass. Dit war richtig jut. Dit war richtig jut, Freunde. Äh, ja. Fein. Haben wir wieder eine schöne Runde Dirt Rallye. Up your wrist in here. Meine Lieben, beim nächsten Mal am Donnerstag fahren wir wieder BMNG. Ich weiß noch nicht, was wir genau da machen, aber wir werden auf jeden Fall BMNG fahren. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich kann an dieser Stelle wie immer nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Runde erlöblich am Steuer heute mit dem großartigen Dirt, dem Rallye, dem 2.0 und der Finalisierung des großartigen Historic Cup H1 in der wunderschönen Citroën DS Diva. Abgeschlossen mit dem Spanien. Und, äh, ja, also offensichtlich liegt mir Asphalt etwas besser, wenngleich ich auch mit den Steuerungen, ich weiß halt hier nicht, was ist hier auf dem Linker-Taste 1, 2, 7, 12, 98, 3. Ähm, wenn man dit natürlich so ein bisschen raus hat, geht die ganze Geschichte auch ein bisschen schneller. Ik halte an dieser Stelle wie immer meinen großartigen Schwanz ins Bild und sage liken, abonnieren, kommentieren und schön auf meine Glocke drücken und wer Bock hat, mich zu unterstützen, der wird Kanalmitglied oder benutzt den Spendenlink unter dem Video. Wer spendet, erscheint da, wer abonniert, erscheint da und wer das während des Videos tut, erscheint da drüben. Und ich grüße an dieser Stelle alle Kanalmitglieder Level 3, die live bei der Aufnahme dabei waren und sage Dankeschön, tschüss mit euch, tschau mit euch, tschüss mit euch, Bis zum nächsten Mal, euer Lieblingsimulant, Harry Lobbick, auf Wiedersehen.